Ist das eine Ratsche? Das ist ja richtig geil. Und jetzt füllt man das Werkzeug ein. Ich dreh, dreh, dreh. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Autozentrum Duisburg. Heute geht es wieder Mercedes V-Klasse. Und ich hatte das in ein, zwei Videos ja schon angeteasert. Wir checken heute mal, weil der Johan mit dem Ding jetzt im Urlaub fährt, wie man das Reserverad ausbaut, weil das Reserverad unterm Auto verbaut ist. Also gibt es eine Funktion, wissen wir, irgendwo, wo man was in ein Loch reinstecken muss. Ihr kennt das mit in ein Loch reinstecken oder was in ein Loch reinstecken. Da muss man irgendwie kurbeln oder drehen oder wie auch immer. Und dann kommt das Reserverad irgendwie und runter. Und das wollen wir euch heute mal zeigen. Ich denke mal, für den einen oder anderen V-Klasse-Fahrer ein ganz interessantes Video. Ihr habt eine Panne, euer Leihreifen ist in die Luft geflogen, geplatzt, hat Luft verloren. Und ihr müsst das Reserverad wechseln. Was macht man in der Regel? Wahrscheinlich, wenn du gar nicht weißt und gar keine Ahnung hast, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Dann wirst du wahrscheinlich jetzt erstmal die Bedienungsanleitung rauskramen und checken, wo das Reserverad überhaupt ist. Wissen in der Regel viele gar nicht. Können wir jetzt schon mal kurz zeigen. Sitzt jetzt in der Regel hier drunter. Nicht in der Regel wahrscheinlich immer bei jeder V-Klasse. Ich weiß auch gar nicht, haben alle V-Klassen Reserverad? Weiß ich auch nicht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr in der V-Klasse fahrt. Werft bitte mal einen Blick euer Unterauto. Und checkt mal, ob da ein Reserverad drunter ist. Weil viele andere Autos heute haben ja teilweise gar kein Reserverad mehr verbaut. Oder gar keinen Platz vorgesehen, wo ein Reserverad verbaut ist. Sondern haben einen Luftkompressor und irgendwie so ein Klebzeug, womit man das dann bearbeiten kann. Der erste Schritt ist, wir haben hier so eine tolle Klappe. Das ist bei den Autos immer relativ geil verbaut. Ist so bei Mercedes in der Regel immer gut gelöst. Aufmachen, Deckel ab, Gurt lösen. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Also für mich ist es jetzt das erste Mal. Ganz raus, ich denke mal ganz raus. Dann kann man das hier rausnehmen. Und dann haben wir hier so ein tolles Werkzeugset. Hier seht ihr auch, ist der Wagenheber verbaut. Also der ist schön verbaut. Und hier ist jetzt noch, weil das Auto eine Anhängerkupplung hat, der Deckel. Wenn man die Anhängerkupplung halt nicht mitnimmt, auch mit drin. Und hier kann man dann, glaube ich, schön die Anhängerkupplung reinpacken. So, worum es aber heute geht, ist das hier. Hier wird jetzt irgendwas drin sein. Das schauen wir uns mal an, was da alles drin ist in diesem Bordwerkzeug. Die sieht auch richtig cool aus. So eine coole Mappe. Wie früher aus den Autos. Mit zwei Gummis drumherum. Also ganz oldschool gelöst. Damaligen E-Klasse 2010 hat ich genau das gleiche. Okay. Zwei Gummis. Okay, so. Jetzt haben wir hier Abschleppöse. Wenn man die brauchen sollte, wenn gar nichts mehr geht, dann brauchst du natürlich die Abschleppöse, die irgendwo reinkommt. Ist auch ganz wichtig. Kontrolliert das auch mal bei euren Autos. Wir stellen das immer wieder fest hier bei diversen Fahrzeugen, dass sich Leute da gar keine Gedanken drum machen. Also wenn du eine Panne hast, der ADAC kommt und du diese Abschleppöse nicht dabei hast und der ADAC auch keine passende Arbeit, davon sollte man nicht immer ausgehen. Hat da ein Problem, kann das Auto noch nicht mal auf den Hänger drauf, wenn es nicht mehr fährt. Das ist wichtig. Brauchen wir dieses Gerät jetzt hier, Johann? Ja. Und ich glaube dann, das irgendwie hier, das kommt dann hier so drauf. Ist das eine Ratsche? Ja. Das ist ja richtig geil. Das ist eine Oldschool, das ist wie in den 80ern von mir. Ja, hier steht auch wahrscheinlich. In die Richtung geht dann das Reserverad runter. Ja. Und so machst du das halt, wenn es wieder festmacht. Also das ist mal richtig geiles Werkzeug. So was Geiles habe ich noch nie gesehen. So, das Teil hatte ich ja gerade schon, bitte? Stabil gebaut. Ja, richtig stabil gebaut. Das Teil hatte ich ja gerade schon gesagt, das muss man hier in so ein Loch einführen. Das Loch zeige ich euch jetzt, wo das ist. Hey, Johann, guck mal mit der Kamera ein bisschen runter. Haben wir hier so eine schwarze Gummikappe versteckt unter diesen Heckklappen, mehr Gummi, mehr oder weniger. Das kann man ganz einfach abziehen. Dann seht ihr das Loch. So ein Stopfen drauf hier. Zack. Und jetzt füllt man das Werkzeug ein. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Muss man mal fühlen. Ja, merkt man auch. Geht quasi rein, ist fest. Und auf. Auf. So. Ich denke schon. Das wird los. So, film du mal unterm Auto. Was passiert? Sieht man das lichttechnisch? Ja? Okay, dann drehe ich jetzt einfach mal los und dann schauen wir, was passiert. Ich dreh, dreh, dreh. Passiert was? Oh, ist ja schon unten. Lift-System. Lift-System. So. Reicht das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein bisschen weiter damit wir was rausziehen können. Schauen wir mal. Eventuell müssen wir noch ein bisschen weiter drehen. So, jetzt habt ihr das hier am Boden liegen und jetzt haben die das wirklich cool gelöst. Das hat man hier mehr oder weniger so einen Griff dran. Kriegt man das drauf? Ja. Man kann den ganzen Kram nach hinten ziehen. So. Noch ein bisschen rausdrehen. Mal schauen, wie lange das Seil ist. Noch mal ein bisschen drehen, drehen, drehen. Also funktioniert auch relativ einfach die ganze Mechanik hier. Da hat sich wirklich einer bei Mercedes mal Gedanken gemacht. So, ihr seht es, man kann es weiter rausziehen. Jetzt können wir das wahrscheinlich hier abmachen. Dann musst du das innen drin, in der Mitte dann noch weiter raus. Nein, nein, nein. Weiter raus. Das geht so nicht. Warte, ich drehe weiter raus. Noch mal mehr auf. Oh, auf, so rum. Nein, andersrum. Nein, das steht auf, so rum. Zack, 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 zack. Also, wir haben es selber noch nicht gemacht. Wir schauen jetzt hier mal. Ich weiß es nicht, ob das jetzt hier richtig ist, was ich mache. Also, das muss man auf jeden Fall erstmal irgendwie... Und das muss man dann so nach... Ja, ich weiß, ich weiß. Ich versuche das mal von unten. Dann kriegt man das jetzt hier durchgesteckt. Das ist ein bisschen fummelig. Also, gar nicht so einfach. Also, ich glaube schon, dass der Kram hier ab muss. So, du hältst mit der Kamera einfach drauf und ich mache. So, ne, ab. Man sieht da auch, ist der Kram hier ab. Hier ist das Seil. Und dann ziehen wir das ganze Rad jetzt mal weiter raus. Und ihr seht, das war schon lange nicht mehr draußen. Oder wahrscheinlich noch nie draußen. Dann nehmen wir das jetzt mal ab. So, ordentlich Dreck drauf. Und das ist das Notrad, ne? Geile Sache. Haben wir einen 2,25, 5,50, 17. Ich weiß nicht, ob mittlerweile die Dinger auch so eine relativ große Felge, beziehungsweise Bremse haben, dass die Räder so groß sein müssen. Haben viele Autos mit großen Rädern. Ja, das ist ein vollwertiges Reserverad. Das ist auch kein Notrad. Ich hätte eigentlich gedacht von unten, weil ich diese Rillen gesehen habe. Das wäre so ein Notrad, womit du 80 fahren kannst. Aber das ist wirklich ein vollwertiges Reserverad, wo du genauso schnell fahren kannst, wie... Ja, das Auto mehr oder weniger fahren darf. Also Reserverad, darf man über den Gewicht überfahren? Ja, das ist dafür ausgelegt. Wir haben hier einen Reifen, kann ich dir sagen. Ich mache mal sauber hier. Komm, wir haben 225, 55, R17, 101, Y, beziehungsweise V. V weiß ich, bis 240. Hier sind auch schön Tiere drauf. Und 107 ist die Traglast, die wird für das Auto ausreichen. Also ist ein vollwertiges Reserverad. Ja, aber ich meine so ein Notrad. Ein Notrad nicht. Ein Notrad darfst du nur 80 fahren. Aber das ist ja kein Notrad. Das ist ja ein vollwertiges Reserverad. Also draufschrauben, fahren, Spaß haben, das alte Rad reinschmeißen. Kommst du auf jeden Fall so wie der Johann. Ich hatte das in den anderen Videos jetzt schon gesagt. Deswegen haben wir uns damit beschäftigt. Der Johann fährt jetzt nach Schweden. Da ist das halt so ein bisschen ländlicher. Und da ist es natürlich gut, wenn du ein Reserverad hast. Also ist es wirklich so. Und du stehst ja nachher da. Und gerade im Ausland ist das immer relativ wichtig. Deswegen auch prüfen, regelmäßig prüfen. Ich würde das einmal im Jahr empfehlen. Reserverad raus, Luft prüfen. Weil auch Räder, die irgendwo verbaut sind, die stehen oder wie auch immer jetzt hier drunter verbaut sind, verlieren mit der Zeitluft. Deswegen ist das wichtig, gerade wenn ihr weite Strecken fährt oder so wie der Johann jetzt vor Urlaubsantritt, Reserverad einmal raus, prüfen, ob da genug Luft drin ist. Weißt du, wie viel Luft da reinkommen soll? Also ich würde jetzt mal pauschal sagen, da so ein Bus relativ schwer ist, bei einem normalen Notrad oder so steht das in der Regel drauf. Aber normales Reserverad, bei einem normalen PKW macht man immer ein bisschen mehr, macht man drei Bar rein. Wir gucken jetzt einfach mal, ob da bei der letzten Inspektion jemand geguckt hat. Gucken, was da ein Dreck rausfällt. Ah? Das schauen wir mal. So, wir haben hier auch noch, ist auch mittlerweile ein bisschen rostig oder hängt halt unterm Auto. Wir haben für sowas dann auch immer so eine Notlösung mehr oder weniger, dass es jetzt keine richtige Luftprüfer, das ist so ein mobiler Luftprüfer oder ein mobiler Luftkompressor. Mit dem man sich mal behelfen kann. Ist auch ganz gut, wenn man unterwegs eventuell das Problem hat, jetzt bei den normalen Rädern, dass irgendwo mal Luft nachlässt und deine scheiß Reifendruckkontrolle angeht und du das irgendwie weghaben willst, kannst du das in der Regel mit so einem Gerät lösen. Fahrrad. Fahrrad, Bälle, Luftmatratzen kann man damit aufpumpen. Da sind verschiedene Adapter dabei, also kann man alles mögliche Zeug mit aufpumpen, rausziehen. Geht der Gerät an, ist von, wie heißt das nochmal hier, Xiaomi glaube ich. Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ist auch gar nicht so teuer. Lohnt sich immer mal so ein Ding mitzunehmen. Ich glaube, da war sogar zum Laden für unterwegs mobil drin Zigarettenanzünder für im Auto, glaube ich. So, jetzt zeige ich euch das mal hier. Und da kann man zumindest auf jeden Fall immer prüfen, wie viel Luft im Reifen vorhanden ist. Kannst du ja sonst auch nicht. Und ja, das ist jetzt hier ein komisches Beispiel. Schauen wir mal, was der uns hier anzeigt. Ich drehe das mal drauf hier. Du bist mal auf dem Display hier, Johann. Ja, das sieht man. So, 1,5 Bar. Also definitiv zu wenig. Zu diesem mobilen Luftgerät, das ist ein Notbehelf, sage ich da auch ganz klar immer zu. Ob wir jetzt hier 3 Bar überhaupt reinkriegen, weiß ich gar nicht. Das werden wir jetzt überprüfen. Dazu kann man jetzt hier den Druck mehr oder weniger einstellen. Ich stelle jetzt mal 3 Bar ein. Und wir schauen mal, also 4 Reifen damit aufpumpen, wenn die Platzen funktionieren nicht. Das haben wir schon ausprobiert. Also das ist ein Notbehelf. Aber wie gesagt, wenn man aktuell halt keine Lösung hat oder irgendwo steht, wo man nichts hat, ist das natürlich eine gute Lösung, wenn man so ein Ding im Auto hat. So, jetzt geht los. Ach, nicht erschrecken. Es wird etwas lauter. So, wir wollen das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Habe ich Mikro an? Ja, ist an. Also, worum es geht, glaube ich, mit diesem Gerät ist klar. Das ist ein Notbehelf. Und ich sage mal, wenn ein Reifen leer ist, kriegt man den einigermaßen aufgepumpt. Und ich sage mal, wenn du jetzt 4 leere Reifen hast oder Reifen, wo wirklich jetzt 3, 4 Bar rein müssen, quält sich das Gerät schon. Normale PKW-Reifen, die jetzt klein sind, was wir sonst so verkaufen, geht das natürlich einige schneller. Ich zeige das jetzt hier nochmal an, ausmachen. Aber wie gesagt, ist auch geil, wenn man jetzt, wie gesagt, Kinder hat, Bälle aufpumpen, Luftmatratzen aufpumpen, Fahrrad funktioniert super. Kann man auch super mitnehmen, wenn man jetzt Fahrradfahrer ist. Ich fahre oft mit Rucksack. Das Ding im Rucksack rein ist immer besser als so eine beschissene Handluftpumpe, die du irgendwo am Fahrrad haben musst oder mitnehmen musst. Ist das natürlich purer Luxus. Wie gesagt, Link dazu unten in die Videobeschreibung. So, Ventilkappe natürlich drauf. Wichtiger Punkt, zeig mal bitte deine Alufelge. Wenn ihr eventuell andere Alufelgen drauf habt und andere Radschrauben drauf habt und ihr jetzt an dem, das ist ja ein Stahlrad, das ist ein Stahlrad, das kann sein, dass man da andere Radschrauben braucht, die natürlich im Auto irgendwo mitzuführen. Weil wenn er irgendwo steht und ihr merkt natürlich dann, ihr macht von euren Alufelgen, wenn ihr mit denen eine Panne habt, die Radschrauben raus und merkt, die klappen nicht oder die passen nicht mit den neuen, weil sie zu lang, zu kurz sind, wie auch immer, ist das natürlich scheiße. Bringt euch natürlich das beste Reserverad nichts, wenn die Radschrauben nicht passen. Da musst du dich auch noch drum kümmern, bevor du jetzt nach Schweden fährst. Das müssen wir im Vorfeld jetzt auch noch mal bei dir prüfen. Also das ist wichtig und natürlich auch mitzuführen. Ich wollte es da eigentlich anziehen, ich erwähne es hier mal, wenn man eine Panne hat. Ist natürlich wichtig für alle Insassen, in dem Falle, wie viele Leute passen bei dir rein? Sechs. Sechs, also wenn man mit sechs Leuten in so einer wunderbaren V-Klasse fährt, sieben sagt der Johann, natürlich auch sieben Warnwesten, Warn... Ja, die Johann hat die im ganzen Auto verteilt. Da, 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 ja, an jedem Sitzplatz ist eine Warnweste. Sehr gut, der Johann hat da vorgesorgt. Auch wichtig, das sind alles so Punkte, wenn man weiter wegfährt, wichtig dran zu denken. Aber ich sage ja, dir kann das jeden Morgen auf der Autobahn passieren, dass du stehen bleibst. Deswegen Warnwesten auch wirklich wichtig. Link zu Warnwesten packen wir unten mit in die Videobeschreibung. Handschuh packe ich euch mit rein, das Gerät packe ich euch mit rein. Und jetzt werden wir das Reserverad wieder montieren. Da bin ich gespannt, ob das genauso einfach funktioniert. Für die, die es interessiert, die können jetzt gerne noch dranbleiben. Der Johann legt sich schon fast auf die Schnauze hier. Der ist schon zu viel für dich? Nein, mit dem ganzen Dünz hier und da. Ja, du wirst das ja merken. Ich hoffe, dass du keine Panne haben wirst. Aber da haben wir es zumindest mal durchgespielt, wenn du eine Panne haben wirst. Bei 10 Grad Minus oder so. Bei 10 Grad Minus. Aber jetzt ist... Bei minus 18 Grad. Ja, so hier haben wir so einen Ausschnitt für das Ventil auch wahrscheinlich. Das ist auch wichtig. Also das muss dann so drauf jetzt wieder hier, dass das Ventil nicht weggedrückt wird. Und dann drehen wir uns den ganzen Kram da vorne, wie wir das hatten, dass der Griff vorne ist. Dass, wenn wir es wieder rausholen müssen, das natürlich auch in der richtigen Position sitzt. Sonst bringt der ganze Kram natürlich nichts. Kriegen wir das Seil noch weiter rausgedreht? Ja, das mache ich schon. Das machen wir schon. Das Plastikdinge noch. Auf. Das Plastikdinge machen wir gleich drauf. Da ist eine Ritze drin. Naja, geht schon. Können wir mal schauen, wie weit das hier rausgeht. So, das sollte reichen. Das einführen. Nach unten. So, guck mal her. Das ist wichtig hier. Das hast du ja gar nicht gezeigt, wie ich das da rein gemacht habe. So, also. So rein. Komplett rein. Und dann nach oben, dass es halt so richtig sitzt. Und diesen Deckel hier, der hat hier eine Ritze. Zack. Und natürlich auch wieder rein. Ich weiß nicht, ob der nur in einer Stellung passt. Wahrscheinlich so hier. So. Und jetzt wichtig. Ne, ne, ne. Wir zeigen das. Ist ja doof, wenn wir es nicht zeigen. Umdrehen. Und den ganzen Kram zurück rein drehen. Und jetzt werdet ihr sehen, dass ich das Rad... Also kriegst du wirklich auch alleine hin, ne. Brauchst du keine zweite Person. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe alles hier alleine gemacht. Ja, aber es geht. Und es ist wirklich gut gebaut. Also das ganze Konzept hier ist gut gebaut. Ihr solltet dann natürlich gleich nochmal schauen, wenn es hoch geht, dass das Reserverad richtig unten drunter hinkt. Das können wir euch natürlich mit der Kamera jetzt nicht zeigen, weil das Auto hier zu tief ist. Ich drehe jetzt erst nochmal hier. Zack. So, jetzt geht's hoch. Jetzt schaue ich selber nochmal kurz drunter. Moment. Ich bin auch schon wieder ordentlich am Schwitzen hier. Dass das da drunter aussieht. Aber das wird sich normalerweise genau in die richtige Position reinziehen. Also wenn der Johann jetzt sein Reserverad unterwegs verliert nach Schweden, dann bin ich dran schuld, ne. Ja, dann muss ich sagen, dann musst du mich wieder abholen. Ja. Pfandhilfe, ne. Ja. So, nochmal schauen, ob das passt. Das sieht gut aus. So, jetzt wird's schon fest. Ist es schon fest? Ja, es ist schon fest. So fest würde ich jetzt nicht drehen, ne, weil es ist ein Drahtseil, habt ihr gesehen, ne. Machst du jetzt nach Gefühl, so würde ich jetzt sagen, ist fest. So. Willst du nochmal nachziehen? Nein. Lieber nicht. Lieber nicht. Ja, ist fest. Ich bin jetzt nicht Schulzer. So, rausziehen, der ganze Kram. Stopfen, ne. Hatte ich euch gerade schon gezeigt. Wieder drauf. Moment. Moment, ich komm. Und dann ist der Gerät wieder fahrbereit. So, das war's. Werkzeug alles zusammenpacken, ne. Ist wichtig. Nichts auf der Straße liegen lassen, ne. Wahn-Dreieck. Wo ist das Wahn-Dreieck eigentlich? Ja, oder was? Das weiß ich nicht. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wo das Wahn-Dreieck ist, weiß ich nicht bei dem Auto. Das werden wir jetzt gleich nochmal erforschen. Keine Ahnung, hier ist es nicht drin. Da ist auch kein Platz. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich denke mal, Video ist lang genug geworden. Ihr wisst, worum es geht in dem Video. Was ich euch damit zeigen wollte. Damit man das mal weiß, wenn man eine Panne hat, wo überhaupt sein Reserverad ist. Ist bei vielen Autos wichtig. Auch wenn heute viele keine mehr haben, ist es auch immer wichtig, dass der ganze andere Kram da drin ist, wenn man eine Panne hat. Obwohl das meiner Meinung nach in der Regel nicht viel hilft. Wenn der Reifen geplatzt ist, aufgerissen ist, hilft dir halt auch kein Pannenspray. So. Ich bin am Schwitzen. Machen wir Ende. Gibt zwei andere Videos schon zu dem Auto. Wir haben Luftfilter jetzt im Vorfeld noch gewechselt. Und wir haben beide Innenraumfilter gewechselt. Das Auto hat zwei Innenraumfilter. Wenn ihr die Videos sehen wollt, schaut gerne mal bei uns auf dem Kanal. Stöbert mal ein bisschen. Und wenn ihr noch was zu dem Auto sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin raus. Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Wir sehen uns, wenn der Johann wieder da ist auf Schweden. So. Ciao. Bis zum nächsten Mal.